Ich höre hier oben zum Beispiel gar keinen Bass, das ist gut. Mir tut's gut. Hast dir wehgetan? So, pass auf, ich mache das immer, damit ich möglichst viel Erholung habe. Mehr reden, sonst kann er gleich nicht mehr. Ist so, ist so, das Alter, das Nackerein mit 52, Alice im Wunderland. Die kleine Alice war daheim und zog sich ein paar Pilze ein. Alice hat sich breit gemacht und ist im Wunderland wieder aufgewacht. Da sah sie tausend verschiedene Farben und ein Offentierer mit einem Schaden. Es rannten sich fachherzverkrankt durch den grünen Wundergarten. Als die alles im Wunderland war, wurde hier auf einmal klar. In ihrem Leben, in ihrem Sinn, muss sich das ändern, soll es dir. Als die alles im Wunderland war, wurde hier auf einmal klar. Denn in ihrem Leben, in ihrem Sinn, muss sich das ändern, soll es dir. Alice geht nun voller Erwartungen immer tiefer in den Zaubergarten und trifft verschiedene lustige Sachen. Bei denen kümmern sie sich vor Lachen. Auf ihrer Reise tritt sie die Raufe auf den Pilz. In einem hat sie ein Bock, in der anderen hat sie ein Pils. Da macht sie kurz noch Alunah, mein kleines Junge vom Bon. Der hausse sie nicht um, kommt sie Maritisch zu uns um. Als die alles im Wunderland war, wurde hier auf einmal klar. In ihrem Leben, in ihrem Sinn, muss sich das ändern, soll es dir. Als die alles im Wunderland war, wurde hier auf einmal klar. In ihrem Leben, in ihrem Sinn, muss sich das ändern, soll es dir. Solo! Doch sie weiß, sie muss nun weiter gehen. Der Wald ist nicht grad klein und sie kann auch kaum noch sehen. In der Mimmel, da geht der Mond schon auf. Und alleine nach dem Wald, da steht sie allmisch drauf. Auf einmal schlägt der Mond, hier bitte in die Bratze. Und gibt ja einen Hieb mit einer Katzentasse. Da wird sie plötzlich wach und liegt daheim in ihrem Bett. Jetzt weiß ich nicht was! Es ist auf dieses Weg, als die alles im Wunderland war, wurde hier auf einmal klar. Nur in ihrem Leben, in ihrem Sinn, muss sich das ändern, soll es dir. Als die alles im Wunderland war, wurde hier auf einmal klar. Denn in ihrem Leben, in ihrem Sinn, muss sich das ändern, soll es dir. Sonst ist sie eh! 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 Dankeschön! So, jetzt fangen wir mit unseren Zugaben an. Dankeschön, Gonzo! What a terrific audience! Also, acht Zugaben haben wir vorbereitet. Richtig! Also ich hab gehört, der Boden ist hervorragend geeigt, um nackt zu tanzen. Pogo! Äh, nackt Pogo! Vielen Dank.